Ich habe selber im Ausland studiert und ich kann jedem nur empfehlen, andere Länder, andere Universitäten, andere Ausbildungen mal kennenzulernen. Man kann als Student oder als Auszubildende heute problemlos mit dem Programm Erasmus von der Europäischen Union überall in Europa seine Ausbildung vervollständigen. Und das ist eine Bereicherung, weil man lernt die Sprache, die Kultur und die Menschen in Europa kennen. Ich selber komme aus Aachen, einer Grenzregion und da ist man problemlos mit dem Thalys morgens zum Frühstück in Paris, kann von da aus mittags nach Brüssel fahren und macht dann abends in Maastricht Party oder setzt sich auf dem Freitur bei schönem Wetter. Das sind Vorteile, die Europa bietet ohne Grenzkontrollen, ohne Pässe und ohne Einschränkungen, die die einzelne Freiheit bedeuten. Von daher Europa für mich ein großes Plus und wir alle sollten uns für die Freiheit in Europa weiter einsetzen.